Darum laufe ich noch mal ganz kurz ganz zum Start zurück, ja, weil vielleicht ist hier... Nein, hier ist natürlich keine Münze zu finden. Aber was ist eigentlich da oben? Da müsste ich doch eigentlich auch hochkommen. Moment, da nehmen wir uns einen Typ hier mit. Die ich jetzt alle kaputt gehauen habe. Ja, ich haue sie natürlich kaputt. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Fragt mich nicht warum. So, ach und mit den Fetten können wir jetzt noch höher, oder? Eigentlich. Ja, mit den Fetten müssten wir ja noch höher kommen. Noch ein Feld höher springen. Na, dann nehmen wir mal so einen Fetten mit. Hallo, Vetter. Hab gehört, ja, ich kann dich jetzt auch nehmen. Oh, ich sollte nicht springen. Ich bin ein fetter Bär, aber du kannst mich trotzdem nehmen, weil du stark bist, weil du Vario bist. Weil das dein Spiel ist, Vario Land Nummer 3. So, gut, ich komme aber da trotzdem nicht hoch. Aber ich sollte... Ne, ich stampfe mir einfach hoch. So, tschüss, Mann. Na gut, okay. Dann eben... Da drin waren wir. Das bringt nicht viel. Den machen wir kaputt, weil das bringt auch nicht viel, wenn der hier herumlauft. Den machen wir auch kaputt. Ich mache einfach alle kaputt, ja. Den auch. So, da waren wir schon drin. Da brauchen wir momentan auch nichts. Sollen wir da vielleicht noch irgendwie hochkommen? Ne, da kommen wir definitiv nicht hoch. Dann einmal da rüber. Das ist wirklich viel Münzen, haben wir ja noch nicht. So, aber jetzt kommen wir einmal... Ich dachte ich... Hä? Ach, muss ich da... Was? Ähm... Hallo? Was muss ich da tun? Ich dachte, ich kann da jetzt durch. Muss ich da so ein... Muss ich da so ein Eistyp mitnehmen? Ist aber nicht dein Ernst, oder? Die, die ich jetzt alle kaputt gehauen habe. Na super. Moment, ich mache mal folgendes. Wir schalten jetzt einmal noch den Schalter um. Und es wäre... Stimmt, das ist ja der Fette. Und ich verstehe immer noch... Was war der Sinn dieses Ofens nochmal? Irgendeinen Sinn hatte der ja, oder? Konnten wir nicht da unten dann irgendwie rein oder so? Irgendeinen Sinn hatte der Ofen hier. Und es war nicht nur, dass wir wieder rauskommen. Was haben wir da gemacht? Nee, hier... Kann man ja auch nicht durch... Hm... Ich weiß es nicht mehr. Ja, irgendeinen Sinn hatte das auf jeden Fall. Komm, mach mich zum Zombie. Juhu! Juhu, Bob. Ich weiß es nicht mehr. Flop, Flop. So, du haust ab. Nee, komm. Ich weiß nur, dass es extrem nervig ist, dauert, diese Öfen verschieben zu müssen. So. Raus da. So, muss ich jetzt den wirklich da drüben mitnehmen? Kann das sein? Dass das das Spiel von mir will. Einmal da hoch, da hoch, da hoch. Das könnte es sein. So, jetzt klettern wir hier hoch und jetzt machen wir hier den da. So, komm, bitte einmal auf Eis machen. Mach mich zu Eis. Ach, ich bin so gut. Ich bin so gut. Selbst Lob stinkt. Ich weiß. Ist mir aber egal. Ich bin so gut. So, die machen wir kaputt, obwohl wir dich sicher gebrauchen. Jetzt kommen wir hier wieder nicht durch. Weil die Schaltung falsch geschalten ist. So, Moment. Nein. Viel Spaß. Kleines Bibi. Ohne Münze. Vielleicht brauche ich da oben. Das ist auch noch. Ja, komm her. Komm her, Typi. Komm, komm zu. Komm zu, Vario. Ja. So. Schön. So, nochmal. Flipp. Ah, und hier ist ein Schalter. Okay. Oh, jetzt haben wir es kaputt gemacht. So, einmal umgeschalten. Wobei jetzt natürlich die Frage ist, wollen wir das hier jetzt schon machen? Weil wenn ich alle Münzen holen will, das ist ja voll verwirrend gerade. Will ich überhaupt alle Münzen holen? Nee, komm, die holen wir mal separat. Dann machen wir dann separat irgendwann mal einen Münzrun. Oh. Flatterviecher zum Bruchflattern. Ja, wir machen separat einen Münzrun. Nein. Ich kann es nicht. Ich bin doof. So, einmal nach oben. Du willst mich doch verarschen, oder? Spiel, sag mir bitte, dass du mich verarschen willst. Ja, ja, Cloud. Wir wollen dich. Ich bin der Geist des Spiels. Ich will dich natürlich verarschen. Was denkst du denn? Danke. Da bin ich jetzt sehr beruhigt. Ja, weil wenn das nicht so gewesen wäre, dann wäre mir das ein bisschen komisch vorgekommen. Was hat das hier mit diesen Donutplattformen überhaupt überall auf sich? Da kommen wir jetzt wieder. Nicht hoch. Das ist eh klar. Ich hätte das typisch, glaube ich, nicht kaputt machen dürfen. Ich glaube, ich hätte da oben Raupi gebraucht. So. Ja, natürlich. Aber, Moment. Ich mache jetzt folgendes. Ich mache jetzt den da. Wollte ich das? Ich bin mir nicht sicher. Tada. So, da könnte ich fett werden. Die Frage ist nur, will ich das? Ja, komm, wir wollen erstmal den da machen. Okay, da ist die Kiste. Die bringt mir noch nichts. Gut. Hab schon geschnallt. Spiel, danke. Flammen, 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 Flammen. Flammen aus, Flammen aus, jetzt. Juhu. Hatschi. So. Aber was bringt mir das jetzt, wenn ich hier jetzt den Fett-Dingens bekomme? Was habe ich da davon? Eigentlich nix, oder? Was habe ich da davon? Wo komme ich da dann hin? Wahrscheinlich wäre da was drin gewesen, oder? Ah, ah, ich muss, ah, okay. Ich muss, ach ja, okay. Ich muss jetzt einfach nur einmal nochmal nach unten schalten. Ja, gut, gut, machst du das mal. Nein, nein. Ah. Na, super. Ah, es macht Spaß. Hey. Und es fehlt ja hier trotzdem. Stimmt, es fehlt noch einer. Eine weitere, ähm, Kiste fehlt dann hier noch. So, jetzt müsste ich eigentlich, wenn... Nein, toll. Ja, soviel zum... Jetzt bin ich wieder ganz auf unten gefahren. Nein, ich muss den ganzen Spaß nochmal machen. Nein. So, zum Glück haben wir das hier schon so weit erledigt. Mühsam ernährt sich das Vario-Hörnchen. Ich dachte, ich dachte mir schon, das ist ja komisch, dass hier nur so, dass hier oben, das wird nicht ausreichen, diese einen Donut-Dinge da oben zu zerstören. Also hier nochmal den Spaß... Oh, Alter. Vario nervt mich nicht. Es ist manchmal, manchmal ist er wirklich, es ist echt, ähm, ja, zum Haare raufen. Wie viele Münzen haben wir eigentlich? Ja, das ist schon schön. So, aufpassen, dass wir hier nicht wieder irgendwo runterfallen, wo wir nicht runterfallen sollen. Also, das müssen wir eh nicht mehr machen, zum Glück. Ist ja schon alles offen, ja, netterweise. So, jetzt muss ich nur... Genau, das darf nicht passieren. Das ist mal wichtig, prinzipiell. Bitte, komm! Tropfen, wo bist du da? So, make-me-sexy.com So, gut. Und so soll es jetzt eigentlich kein Problem sein. Und schalten wir hier einmal um noch in meinem Lieblingsraum, ja. Mit diesen Flugflunderviechern. So, rüber da. Und hoch und einmal umschalten. Danke. Ui! So, und nein, nicht zu weit nach unten. Gar nicht gut, wenn wir zu weit nach unten fallen sollen. Jetzt müsste ich eigentlich hier durchkommen. Genau, jetzt bekomme ich hier den grünen Schlüssel endlich. Und ich weiß nicht, warum ich das hier zerbrechen kann. Aber wahrscheinlich wegen der grünen Münze. So, nein, nein. Jetzt sind wir natürlich wieder gar nicht. Jetzt sind wir natürlich wieder ganz unten. Also, das Level, das kostet mir schon ein bisschen Nerven jetzt gerade, muss ich sagen. Ein bisschen. So, und einmal noch meinen Lieblingsraum machen. Zack, so, diese da. Und zack, und rüber da, und diese da, und hoch. Ja, wunderbar. Schnell raus. Wir haben schon genügend Zeit verplempert hier. So, Fledermausburg. Ja, Gott, komm. Einmal geht es noch, jetzt ist es auch schon egal. Moment, können wir die Leiter nehmen? Nein, mach ich ja nicht zu. Ja, es ist so. Tja. So, runter. Juhu. Eigentlich, ah, ich hätte hier jetzt... Ich, ich weiß schon, wo, wo die... Das war jetzt sehr klug. Jetzt muss ich ehrlich... Ehrlich gesagt bin ich ja fast im Überlegen... Ob ich nicht... Nein, nein, nein. Ob ich nicht doch die Münzen hole. Naja, gut, ich muss ja sowieso noch mal... noch mal Nächste holen. Egal. Oh, ein weiteres einzelnes Auge. Ah. Oh, ah, wir haben schon zwei. Okay. Wusste ich gar nicht, dass wir ein anderes auch schon gefunden haben. Und natürlich S3. 2, 2, 3, ja. So, Speichern fertig. Ähm, sollen wir jetzt... Ah, weißt du was, komm, das machen wir jetzt noch schnell. Dann ist hier abgeschlossen. Also wir machen den ganzen Spaß jetzt noch mal einfach nur, um die Münzen zu holen da drüben. Sind wir hier richtig? Nein, hier sind wir nicht ganz richtig. Zack. Weil bis zur nächsten Aufnahme habe ich es wieder vergessen. Darum, darum, ja. So, wir nehmen dich mit. Wop, 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 wop. Die Augen vor allem auch, wie die cool aussehen. So, gut. So, das schmeißen wir ihn dann mal da rüber. So, dann gehe ich da hoch und... Die Münze nehmen wir gleich mit. Hey, bitte, bitte mach mich einmal zum Block. Nein. Sehr schön. So, und jetzt darfst du ruhig kaputt gehen, ist kein Thema. Na, gehst nicht. Ist auch egal. Einmal den da. So, das Gute ist, ich muss das jetzt nicht hundertmal machen, weil den grünen Schlüssel brauche ich in dem Fall heute diesmal jetzt gar nicht. Sondern ich brauche nur die Münzen. So, platt wie eine Flunder, Viecher. Und wie viel haben wir jetzt schon? Oh, drei schon. Das geht ja richtig flott dahin, muss ich sagen. So gefällt mir das ganz gut. So, wo war dann noch eine? Bin mir nicht sicher, ob da drin auch noch eine war, aber ich mach's einfach nochmal schnell auf. So, die Raupis entfernen wir lieber, weil es passieren da Sachen, die nicht passieren sollen. Ja, die... Und das müssen wir verhindern. Gut, da ist auf jeden Fall keine Münze, ist egal. Da oben ist dann zumindest, glaube ich, noch eine Münze. Bitte flamm mich, danke. Juhu. Und nein, ich brenne. Also manchmal ist es ja auch positiv, wenn ich brenne. So, wie jetzt gerade. Mach mich zur Flamme. Oh, ich bin schon in der Flamme. Super. So, aus, aus, aus. Ich will keine Flamme mehr sein. Oh, super. Sehr schön. Gut, warte. Ich habe ja so ein tolles Kurzzeitgedächtnis, dass ich jetzt nicht mal mehr weiß, ob da oben jetzt eine Münze war oder nicht. Aber es war noch eine da. So. Gut, aber die Fettheit müssen wir uns nicht holen. Oder müssen wir die uns holen, weil es kommen wir hier nicht raus, oder? Ach komm. Können wir da drüben? Ja, ist egal. Komm, nehmen wir sie mit einmal. Womm, womm, womm. Hm, hm. So. Aber sonst müssten wir Münzenmäßig, müssten wir... Wir haben hier vier Münzen gefunden, diesen kleinen Abschnitt. Also ja, das muss reichen. So, gut. Das war dann mal diese da. Da müssen wir nicht mehr rein. Da ist definitiv keine Münze. Da. Da oben sind schon Münzen, behaupte ich jetzt mal. Wobei, da gehen wir noch... Ich muss nur schauen, ist das jetzt richtig oder falsch geschalten hier? Es muss so geschalten sein, dass ich nicht zum roten Schlüssel dazukomme. Damit ich weiß, ob ich jetzt einmal umschalten muss oder nicht. Nein, es ist falsch geschalten. Komm, ich nehme den roten Schlüssel mit, weil es egal ist. Aber ich muss auf jeden Fall den Schalter einmal umschalten. Das merken wir uns mal. Das Vieh machen wir kaputt. Das merken wir uns auch, dass das wichtig ist. Vieh hier kaputt machen. So, das auch. Und das erst. War da oben jetzt noch ein Münzchen? Bin mir gar nicht mehr sicher. Schauen wir da noch kurz hoch. Nee, aber ich glaube nicht, oder? Nein, da brauchen wir nicht dran. Okay, kein Münzchen hier für Vario. Aber der Raum kommt mir auch immer noch sehr spanisch vor. Irgendwo... Ich bilde mir ein, dass wir hier irgendwas noch machen konnten. Ja, wahrscheinlich irre ich mich einfach. Vor allem, ich verstehe nicht, warum, dass ich hier in dem kompletten Raum überall fett werden kann. Das ergibt für mich so wenig Sinn. So, dann müssen wir einmal gucken, dass wir das hier schaffen. Und wir haben hier... Wo ist denn da jetzt die... die richtige? Ich glaube, da müsste eine Münze... Oder? Da drüben ist definitiv keiner. Also so definitiv zwar auch nicht, aber ich glaube, da ist keiner. Ich habe den Schalter einmal umgeschalten, müsste also gehen. So, wie viele Münzen haben wir denn jetzt? Sechs, oder? Fünf. Ach, hey. Noch? Ja, gut. Nein, falsche Richtung. Ofen aufpassen. Oder war da jetzt ganz hinten auch noch eine Münze? Das wäre jetzt bitter. Nee, ich glaube ja nicht, oder? Das wäre jetzt bitter. Gesagt, ich kann mich null erinnern, weil ich einfach ein megamäßig tolles kurz Zeitgedächtnis habe. Und ich hasse diese Viecher. Ich hasse diese Viecher. So, auf jeden Fall, wo noch eine Münze war, war da unten. Da drinnen, ganz unten. So, Ball kaputt. Sehr schön. Da mein Viech interessiert mich nicht. Sehr schön. So, da können wir jetzt rein, aber ich will zuerst da nach unten. Nämlich deshalb, weil da eine Münze ist. Ja, wir wissen es. Hier ist eine Münze, die nehmen wir mit. Dann haben wir schon sechs von acht, fehlen uns noch zwei. Ich hoffe, dass ich die letzten zwei dann da unten finde. Nein, bloß nicht. So, genau. Und hier gibt es ja jetzt was Neues. Zumindest hätte ich damit gerechnet, dass hier jetzt was Neues ist. Hallo, drehst du dich bitte? Ach, das hat der nur drauf gesetzt. Das hat... Also da schaltet er das wahrscheinlich dann an, oder? Ich mache jetzt mal eins. Untertitelung des ZDF, 2020